so jetzt sind wir hier oben im studio angekommen und wir haben jetzt hier zwei plasma bildschirme 42 zoll von lg der linke ist bestückt mit einem jüdischen top aus edelstahl von wave also nach und hier werde ich jetzt mal ein bonierholzrahmen ja sehr schönes material das ist ein sehr bonieres material holz sehr emotional angenehm anzufassen und anzuschauen das ist auch eine fantastische idee dass jetzt auch neben kunststoff und aluminium oder edelstahl auch holz dann endlich wieder gezeigt wird und wieder einziehen darf in unser wohnzimmer das war jetzt doch dann die letzten jahre wirklich nur das liegt durch die alten fernseher aber es ist nach wie vor ein sehr schönes einrichtungsmaterial man könnte sich auch hier etwas bezogenes mit leder vorstellen oder natursteinen applikationen material kombinationen also auch hier die möglichkeiten ohne ende und das ist alles halt frage der des designs was man hier so ich finde das immer wieder toll wie einfach auch auszutauschen sind ja das habe ich mir natürlich auch einfach gemacht für vorführung das lässt sich natürlich von hinten doch verspannen falls kinder in der familie sind ist das doch ratsam das ein bisschen sicherer zu platzieren und zu befestigen aber die möglichkeiten ist das alles schon vorgesehen von ihnen also das brauchen wir nicht neu erfinden so also hier leuchtet das sehr schön durch das farbspiegel ich finde das sehr attraktiv weil es dunkel ist ja kommt das richtig klasse jetzt würde ich noch anders drauf tun april rot transparent oh ja das ist auch wunderschön auch sehr elegant und passt super leuchtet jetzt natürlich auch wow das sieht natürlich klasse aus so hier ist es bei den modellen so gelöst dass unten der fernseher frei wird für die bedienungselemente ja wäre aber eigentlich bei acryl gar nicht nötig man könnte also das auch komplett verdecken weil acryl die fernbedienung signale durchlässt also ganz beeindruckend wirklich der raumeffekt auch hier wieder ich hätte ja jetzt also unten die dia show gesehen haben da hätte ich gedacht dass es bei bewegten bildern vielleicht gar nicht so auffällig ist aber ich bin wirklich sehr erstaunt dass das fast noch mehr räume auf das ist für früher es ist eine tiefe emotion praktisch wie am fenster zu sein und hinab zu schauen in die senden in die scenerie mit dabei zu sein in der in dem Motiv, im Film. Und das ist das, was die Vision eigentlich ausmacht, dass es dem natürlichen Sehen absolut gleich ist und wir keine belastenden Strafazen hier mitmachen müssen, sondern sehr schön entspannt und diese Bilder genießen können. Wunderschön. So, bloß noch eine blaue Variante. Auch noch ein interessanter Gedanke ist, spezielles Cinema-Blenden zu machen. Das heißt, Blenden, wo dann die schwarzen Schleifen von den Kinofilmen mitverdeckt werden. Oder für das Philips-Teil, das Cinema-Teil. Wenn keine Cinema-Teile, Filme laufen, dann hat man rechts-links diese Balken und dann könnte man auch eine Blende machen, speziell für das normale Fernsehprogramm. Also auch hier jede Menge Einsatzmöglichkeiten. Ja, Herr Heine, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen hier bei Ihnen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben, für den tiefen Anblick, den Sie uns in die Vision gegeben haben. Und ja, ich bin mir ganz sicher, wir werden von Ihnen noch ganz viel hören, bestimmt aber sehen. Würde mich freuen auf ein nächstes Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss.